ja hallo herzlich willkommen hier in der stadtwerkstatt wir freuen uns dass sie hier virtuell zu uns gekommen sind leider konnten wir sie jetzt heute nicht vor ort hier begrüßen deswegen wollen wir die chance aber nutzen sie virtuell mit auf eine kleine reise durch die berliner mitte und die wichtigsten stationen der stadtwerkstatt in den letzten drei jahren zu nehmen was erwartet sie also die nächsten zwei stunden hier wir werden verschiedene stationen besuchen und zwischendurch immer wieder hier in die stadtwerkstatt zurückkehren als erstes werde ich gleich ans flussbad abgeben wo schon herr kühne der abteilungsleiter der senatsverwaltung für stadtentwicklung und wohnen auf sie wartet dann kommen wir hier zurück in die stadtwerkstatt um dann an den wolkenmarkt zu wandern woher kühne herrn majares vom landesdenkmalamt treffen wird nach einer weiteren station hier vor ort geht es dann ans rathausforum wo frau schönhardt von der senatsverwaltung für umweltverkehr und klimaschutz etwas zum freiraumwettbewerb am rathausforum und max engelsforum erzählen wird ganz zum schluss enden wir hier in der stadtwerkstatt mit einem ausblick was in dem nächsten halben jahr hier passieren wird bevor ich also jetzt weiter gebe noch einige technische hinweise gerne können sie uns während der führung fragen stellen das geht heute technisch allerdings nicht per bordmeldung sondern über den chat also schreiben sie gerne ihre fragen in den chat und wir geben diese dann weiter an herrn kühne so dass er sie beantworten kann außerdem noch wir sind heute live auf youtube das heißt wenn sie nicht erkannt werden wollen müssten sie ihr bild einmal ausschalten und vielleicht auch ihren namen ändern falls sie ganz anonym bleiben wollen jetzt wünsche ich ihnen erstmal viel viel spaß auf der reise und gebe ab an herrn weking und herrn kühne am flussbad ja guten tag auch von mir vielen dank dass sie dabei sind wir sind hier direkt am esmt garten und am flussbad café und ich begrüße herrn kühne neben mir für die erste station unserer kleinen reise unserem kleinen führung durch die berliner mitte zu den projekten zu denen wir im letzten halben jahren letzten jahr intensiv gearbeitet haben und wir werden nachdem wir hier diesen stopp zu zweit absolviert haben ein wie vor langer eben sagte zwei interview partner noch haben die uns dann noch weitere sachen zu den entsprechenden projekten berichten können am ende kommen wir in der stadtwerkstatt an und werden dann tatsächlich dort einen letzten blick auf das was im nächsten halben jahr passiert werfen ja vielen dank herr kühne dass sie uns hier begleiten wir stehen hier auf der promenade an der friedrichskracht und im ersten voll digitalen stadtwerkstatt projektwerkraum haben wir über das projekt esmt garten und flussbad und die verbindung zwischen diesen drei sehr schönen räumen gearbeitet es gab einen freiraum planerischen wettbewerb wo drei entsprechende entwürfe eingereicht wurden und herr kühne was sind denn eigentlich die wesentlichen herausforderungen die hier tatsächlich dann zu bewältigen waren und was war das was in diesem digitalen projektwerkraum vielleicht besonders bemerkenswert wir sind hier ja ein an einem ganz besonderen ort in der berliner mitte auf der spree insel und die spree insel hat ja sehr unterschiedliche bereiche im süden gibt es wohnungen in 70er jahre hochhäusern im norden ist die museums insel und dazwischen liegt ein bereich der sich seit jahrzehnten in einer sehr großen veränderung befindet und wo auch noch in den nächsten jahren viel gebaut wird und mitten in diesem areal liegt das ISMT gelände also das frühere staatsratsgebäude mit einem wunderbaren garten aus den 60er jahren die viele gar nicht kennen weil dieser gerade immer eingezäunt war und weil die meisten gar nicht wissen dass man diesen garten auch betreten kann hier hat das flussbad bei einem flussbad e.v. schon seit einiger zeit einen provisorischen treffpunkt geschaffen an einer stelle wo es früher einen weiteren nebenarm der spree gab und wo es ein flussbad gab vor 1900 gibt es hier holz installationen und auch einen getränkewagen also ist eigentlich ein sehr angenehmer ort hier kann man sich wohler fühlen als an vielen bereichen hier auf der spree insel wo es solche angebote bisher nicht gibt und hier soll herausgefunden werden wie einerseits ein flussbad realisiert werden kann also wie man es hinbekommt das wasser zu klären und dann in ihren spree arm permanent zu schwimmen und wie andererseits dann auch dieses ufer gestaltet werden muss dass es gut funktioniert dass man sich hier aufhalten kann und zugleich eine gute verbindung mit dem denkmal geschützten smt garten möglich wird wir haben es gehört wir hatten drei teams und wir hatten eine runde mit allen beteiligten die hier einfluss haben denkmalpflege natürlich den akteuren aus der smc und der verwaltung und wir haben gelernt dass die diese unterschiedlichen nutzer und diese unterschiedlichen funktionen hier ganz gut zusammenkommen können und dass es möglich ist ohne dass sich daraus störungen für die smt ergeben auch diesen provisorischen ort permanent weiterzuentwickeln dafür haben wir jetzt vorschläge was hier auf der landseite gestaltet werden kann und das wollen wir auch weiter partizipativ entwickeln es gibt das buspark ist ein nationales städtebauprojekt es gibt auch ein budget dafür und wir werden zusammen mit der smt aber auch den straßen und grünflächen amt hier im bezirk das für diese ufer weg zuständig ist und vielen bürgerinnen und bürger weiter diskutieren was die nächsten schritte sind und was dann auch an baulichen veränderungen nötig sein wird ja danke gibt es denn schon einen einen weiteren zeitplan oder weitere schritte die schon absehbar sind nachdem wir jetzt ja im juli des letzten jahres da die entsprechende beteiligung zu diesen drei entwürfen gemacht haben da gab es ja dann auch noch eine auswertungssitzung das hatte herr nehm ja zwischenzeitlich auch im forum berichtet und wie ist das projekt seitdem weitergegangen das projekt wird weiter gehen ein wesentlicher schritt war zunächst einmal dass es eine einigung gegeben hat zwischen dem fußpark gefahren der smt dass der standort auch in diesem jahr weiter genutzt werden kann es sollen hier jetzt auch weitere technische anlagen installiert werden mit denen erprobt wird wie das wasser gereinigt werden kann und wir werden uns jetzt in der zweiten jahreshälfte wenn hoffentlich auch die pandemiesituation nicht mehr so schwierig ist und kommunikation leichter wird werden wir uns mit den verschiedenen stellen zusammensetzen die hier für die entwicklung zuständig sind also wie gesagt es gibt ein budget bei uns im haus für die finanzierung von pluspark projekten ein erstes projekt ist ja als baustelle auch schon zu erahnen das ist wenige hundert meter weiter von hier am humboldt forum an der schlossbrücke dort soll eine ufer treppe gebaut werden und hier werden wir klären wie wir jetzt eine beauftragung bekommen um die ideen die aus dem workshop verfahren entstanden sind dann auch in planungen umzusetzen und ich gehe mal davon aus dass wir dann wenn die rahmenbedingungen in diesem jahr geklärt sind wahrscheinlich im frühjahr nächsten jahres mit weiteren schritten dann auch wieder in die öffentliche diskussion und in die bürger beteiligen ja herzlichen dank ich bin aus sicht der stadtwerkstatt ganz begeistert gewesen über die verschiedenen möglichkeiten die wir hier digital relativ spontan auf die beine stellen konnten um die beteiligung mit leichter verzögerung trotzdem um zu switchen auf eine digitale form das war ja ein der letzte projektwerkraum den wir noch ganz analog geplant hatten der also auch wirklich schon bis zu den details wie es hier im flussbad gar im smt garten entschuldigung vor sich gehen sollte mit der beteiligung fertig geplant war dann kam die pandemie und die entsprechenden ersten lockdowns und wir mussten sehr spontan ändern auf ein komplett digitales format und da haben wir ja hier schon mal zusammen gestanden und filme gedreht da stand jetzt nicht stand ich nicht hier vor der kamera sondern hernehmen und haben eine menge guter kritik bekommen für diese form herr kühne vielleicht können sie noch mal aus ihrer sicht formulieren was waren die vorteile die wir auch aus diesem switch mitnehmen konnten oder konnten sie keine vorteile erkennen aber immerhin vielleicht andere effekte die das auf dieses verfahren hatte ja also sie betonen zu recht dass wir hier gemeinsam neuland betreten haben wir haben gelernt dass es durchaus auch noch besonderen aufwand erfordert wenn man vor ort dreht wenn man also dann auch entsprechende online beiträge vorbereitet aber dass durch diese systematische vorbereitung man eigentlich auch ganz gut auf den punkt kommt und vor allem dass man besser als in der stadtwerkstatt die ja auch ein wunderbarer ort ist einfach die örtliche atmosphäre einfangen kann also man sieht im günstigsten fall worüber geredet wird man kann sich gemeinsam bei der erklärung oder beim inhaltlichen austausch kann man sich auch bewegen man bekommt auch eine vorstellung von der räumlichen dimension um die es geht es ist ein kleiner ort ist ein großer ort und wir erreichen natürlich auch andere zielgruppe nicht alle sind oft und gerne online unterwegs viele haben das jetzt in der pandemie situation eingeübt und gelernt und ich gehe mal davon aus dass wir diesen standard diese kommunikationsform auch weiter betreiben werden nicht zuletzt weil sie auch in zukunft eingefordert werden also wir freuen uns alle darauf demnächst wieder uns vor ort treffen zu können also der austausch face to face und das gespräch am rande von veranstaltungen ist glaube ich für alle beteiligten sehr wichtig und sehr interessanten online nur sehr begrenzt möglich aber ich gehe davon aus dass wir diese erfahrungen jetzt nicht aufgeben werden und auch in zukunft auf diesem weg kommunizieren und heute versuchen wir es ja sozusagen die präsentation im gehen oder im ortswechsel und das ist sicherlich auch interessantes format ich habe ja öfter schon führungen gemacht also zu diesen orten die wir heute besuchen und so können natürlich mehr leute dabei sein aber bei beiden formaten ist mein wetter abhängig insofern freue ich mich erst mal dass es gerade nicht regnet sehen ja ich bin mit meinem gut ja auch auf eine andere wetterlage eingestellt ja sehr schön wir sind natürlich auch froh dass die regen die regenwolken jetzt ein bisschen abziehen und dass es trocken bleiben soll insofern sind wir da ganz optimistisch ich würde jetzt mal in die teilnehmer in schafft fragen ob denn fragen bei den teilnehmern zu an herrn kühne jetzt vorhanden sind wir sehen sie leider nicht das ist ein kleines bisschen der nachteil an diesem format dass sie leider nicht mit uns hier stehen und sich direkt zu wort melden können wir sehen nur eine kleine orange eine box die uns den ton ausspuckt und insofern ja haben wir fragen vielleicht dorothea mag die dann eingeben danke ja gerne danke roland wir haben hier eine frage halten im chat und zwar kann man irgendwie deutlich machen dass der garten betretbar ist also durch ein portal oder anderes das kann man sicher wir müssen klären wie wir das arbeitsteilig machen sehr viele gehen ja am schlossplatz an der smt vorbei das ist ein denkmal geschütztes gebäude also da sollen nicht so viele schilder sein die smt hat natürlich auch einen eigenen online auftritt ich nehme an da ist es auch thema vielleicht aber nur ein randthema und vielleicht könnte das hier von den akteuren vom flussbad auch noch stärker betont werden wobei alle die sich hier hier anhalten und sich umschauen das glaube ich durchaus sehen können aber wir sehen es ja hier viele fahren mit dem rad vorbei oder mit dem elektroroller und das ist sicherlich ein wichtiger hinweis dass man auch noch deutlich macht was jetzt schon möglich ist an diesem ort ja das sieht natürlich wenn man hier so auf die zäune guckt nicht direkt unmittelbar so aus ja wir sind hier zwischen auswärtig amt und smt das ist ein ort der eher repräsentativ und gebiegen und konservativ aussieht dass man einfach hier reingehen kann sich auf den liegestuhl kostenlos setzen kann und hier sogar ein getränk bekommt das atmen nicht spontan ja danke haben wir noch eine frage oder sind wir dann hier schon im moment noch nicht im moment noch nicht okay dann habe ich noch eine frage was würden sie denn sagen was das größte potenzial was man hier an diesem ort entwickeln kann wir haben jetzt an den entwurfen ganz unterschiedliche ansätze auch gesehen wie der wasserzugang gemacht ist wie auch die schatten und sitz situation ist was würden sie sagen wenn sie das jetzt reflektieren was wisst das was für sie das größte potenzial hat diesen ort besonders schön besonders mit einer besonders schönen aufenthaltsqualität zu entwickeln ja man kann ja jetzt erleben wie sich das umfeld des humboldt forums und auch sein sein hof die passage gestalten das sind ja bereiche die sehr stark gepflastert sind die sehr steinern sind es gibt ja schon grünflächen hier auf der spree insel der lustgarten ist auch sehr streng und formal gestaltet aber mit den rasenflächen und den fontänen lädt er trotzdem ein sich einfach auch mal niederzulassen und dort vielleicht sich auch mal auszuholen oder irgendwelchen musikern zuzuhören es ist aber ein sehr öffentlicher ort ein wo man sehr auf dem präsentierteller ist dieser garten diese uferpartie ist intimer und sie ist auch ruhiger wir gehen natürlich davon aus dass in zukunft auch diese uferwege sehr viel stärker genutzt werden wir hatten ja gerade das richtfest für das archäologische besucherzentrum am petriplatz auch die bauarbeiten für das house of one wo ja drei religionsgemeinschaften sich ein gemeinsames großes sakrales gebäude schaffen haben begonnen da gab es ja gerade auch online die grundsteinlegung wir machen ja auch in diesem jahr noch ein städtebauliches verfahren für die breite straße das war ja auch ein thema das wir in der stadtwerkstatt diskutiert und bearbeitet haben also es wird hier in den nächsten jahren sehr viel mehr leben geben und trotzdem wird es ein etwas abgeschirmterer und ruhigerer und auch schattigerer ort sein als manche anderen stellen hier auf der spät ja prima vielen dank ich denke dann sind wir hier erst mal zum ende gekommen ich würde dann zurückgeben in die stadtwerkstatt und frau langer dann für den nächsten block während wir die location zum molkenmarkt wechseln übergeben bis gleich ja herzlich willkommen zurück hier in der stadtwerkstatt mittlerweile ist meine kollegin dorothea vogelsang auch hier dabei und genau während jetzt herr kühne und herr weking den ort wechseln zum molkenmarkt reisen wir hier schon mal in unserer ausstellungswand an den olten molkenmarkt und schauen uns an wie die stadtwerkstatt eigentlich in den letzten jahren auch ab und zu draußen funktioniert hat also direkt am ort des geschehen dafür haben wir ein extra format entwickelt die pop-ups was ist denn die idee hinter den pop-ups pop-up sowie der name auch schon sagt da entspringt quasi an einem ort wo sonst nichts ist ein kleines festival stände und sofas haben wir dort aufgebaut und es soll quasi an einem ort wo sonst noch keine gestaltung oder noch nichts passiert soll etwas neues entstehen damit wollen wir menschen neue perspektiven aufweisen auch menschen die dort vorbeilaufen die den ort vielleicht noch nicht so wahrnehmen dass an diesem ort in zukunft etwas entstehen wird eine neue gestaltung genau und wie sah das dann damals auf dem jünenhof ganz konkret aus genau wir haben das letzten sommer zweimal tatsächlich gemacht einmal direkt vor dem alten stadthaus am molkenmarkt mit einem kleinen kreis von sofas und märkten aber auch am jütenhof ich kann es einmal kurz zeigen dort haben wir unsere sofas mitgenommen und eine ko kreative landschaft aufgebaut also eine beteiligungsecke eingerichtet wir haben diesen parkplatz extra sperren lassen also alle autos mussten da runter damit wir genug platz haben und wir dann miteinander ins gespräch kommen konnten man sieht auch schon hier werden so marktstände die waren ganz bunt auch mit planen gespannt dass man uns von weiten schon sehen kann und gucken kann was passiert denn da gerade da gehe ich doch mal hin das ist ja sonst eigentlich nicht so und dort sind wir ins gespräch gekommen über die zukunft des molkenmarkt am molkenmarkt soll ein neues quartier entstehen mit 400 bis zu 400 wohnungen mit flächen für künstlerinnen und künstler mit kita und freiflächen und wir haben gemeinsam daran gearbeitet welche qualitäten dieses quartier haben soll was wir als anwohnerinnen als berliner in oder auch als touristen die dort vorbeikommen uns wünschen an qualitäten und da haben wir an verschiedenen qualitäten gearbeitet zb was braucht ein urbanes quartier wohnen kultur und gewerbe wie kann das gestaltet sein was wie soll der öffentliche raum in diesem quartier gestaltet sein welche qualitäten soll der haben in straßen gestaltung erdgeschossen oder auch in begrünung wie muss auch ein klima angepasstes quartier aussehen was gibt es dafür anforderungen an energie an baumaterial oder an vegetation welche baukulturellen qualitäten sollen entstehen diese fragen haben wir gestellt und miteinander erarbeitet also menschen konnten den ganzen tag über dort an werkstücken so nennen wir unsere vorlagen auf denen wir arbeiten miteinander ideen sammeln und dann in den austausch gehen in einem in einen abschluss dialog die weiteren themen waren noch mobilität beteiligende stadtentwicklung also was heißt es wirklich die bürgerinnen und nutzerinnen zu beteiligen und auch was heißt es wie kann man die nachbarschaften entwickeln wie kann man die anliegenden vereine institutionen mit einbeziehen genau ja es klingt nach einem bunten tag am morgenmarkt was würdest du denn noch mal sagen weil du hat es eben gesagt es gibt gab zwei pop-ups gab einen ersten und einen zweiten wie haben sich die beiden unterschieden gab es dann unterschied ja also beim ersten im mai war der da waren wir wie gesagt vor dem alten stadthaus und wir haben vor allem erstmal versucht aufmerksamkeit für dieses projekt zu geschaffen im öffentlichen raum an an bei anwohnerinnen bei vorbeilaufenden und es gab verschiedene stände von der senatsverwaltung für stadtentwicklung und wohnen und auch für kultur und europa und den verschiedenen anrainern die konnten dort präsentieren wie zum beispiel das landesdenkmalamt was dort passieren soll was die planungen sind was auch schon an archäologischen grabungen gefunden wurde da gab es dann verschiedene touren also das war erst mal so ein informeller charakter ein ein informativer charakter und auch ein informeller weil man mit den menschen ganz locker ins gespräch kommen konnte die man vielleicht sonst in der verwaltung nicht alltäglich trifft also das war auch ein großes ziel dass wir menschen die sonst nicht in kontakt kommen und die nicht in austausch kommen dort an einen ganz neuen ort in austausch bringt das war der charakter von dem ersten pop-up im mai quasi als auftakt als eröffnungsphase für dieses qualifizierungsverfahren für das neue quartier und im august haben wir uns dann ein bisschen ruhiger in diesen schatten der bäume auf dem parkplatz getrieben wo wir dann wirklich auch gemeinsam erarbeitet haben welche ziele und welche qualitäten soll das quartier haben also das waren so die charakterunterschiede ja sehr interessant jetzt im letzten jahr 2020 hatten wir eigentlich auch noch einen dritten pop-up geplant auch wieder vor ort dabei konnte der denn so stattfinden oder ja leider kam uns die pandemie dazwischen wie bei so einigem und herr kühner hat ja eben auch schon berichtet dass wir einmal videos am flussbad gedreht haben und das gleiche haben wir dann auch kurzerhand mit dem pop-up gemacht wir haben ihn ins digitale transferiert wie das natürlich funktionieren kann wie man einen direkten austausch schaffen kann das haben wir uns vorher überlegt und sind dann zu dem schluss gekommen wir müssen den raum irgendwie virtuell erfahrbar machen von daher gab es auch vom wolkenmarkt dann wieder virtuelle führungen mit herrn kühne aber zum beispiel auch verschiedene 360 grad panoramen auf der internetseite wo man sozusagen auch virtuell in jedem winkel dieses ortes gucken konnte außerdem wurden viele informationen rund um das verfahren am wolkenmarkt bereitgestellt und es gab dann eine interaktive seite mit verschiedenen pin wänden wieder zu den verschiedenen themen wo die bürgerinnen und bürger und die stadtgesellschaft ihre ideen als pin nadeln verorten konnten genau das gibt es auch in der dokumentation noch mal zum nachlesen ich zeige es einmal ganz genau und gleichzeitig im nächsten schritt konnte man auch noch mal aussagen sozusagen aus den pop-ups von den jahren zuvor bewerten und überlegen stimme ich dem immer noch zu oder gibt es vielleicht neuerungen möchte ich jetzt was anderes vorschlagen und so über die pin nadeln konnten die bürger dann in einen virtuellen dialog treten in dem sie sich gegenseitig kommentare geschrieben haben und so sind kleine gespräche entstanden außerdem gab es auch die möglichkeit e mails an die verwaltung zu richten also fragen an die verwaltung zu schicken das war natürlich nicht ganz so interaktiv wie jetzt vor ort aber es gab einen kanal sozusagen direkt zur verwaltung genau und am 24 juli ganz kurz haben wir dann diesen virtuellen pop-up noch abgeschlossen in einem gemeinsamen dialog der war auch wird wieder virtuell aber wir haben es ja schon gesagt und wir haben es auch schon gesehen es gibt natürlich auch immer vorteile dabei also zum einen bei dieser online beteiligung die asynchron verläuft wo man sich zu jeder zeit einloggen kann und auch seine weitere nach einer guten vorbereitung dort hinterlassen kann und dann in dem gemeinsamen abschluss denke das war ein rundes programm ja und natürlich neben dem pop-up haben wir auch einen ständigen begleiter mit dem wir immer wieder im stadtraum auftauchen können und zwar unser lastenrad damit sind wir in regelmäßigen abständen also fast alle zwei wochen mittlerweile hier im stadtraum unterwegs informieren zeigen uns und kommen so auch in den direkten austausch dort ja wo wart ihr denn so in den letzten wochen immer so unterwegs wo kann man euch antreffen mit dem rat ja wir waren jetzt schon fast überall im projektgebiet also immer natürlich auch projektbezogen also wir haben zum einen märz die ausstellungselemente die es jetzt auf dem rathausforum zu sehen gibt die sie auch später noch sehen werden in dieser führung beworben direkt vor ort auf dem rathausforum wir waren auf dem alexanderplatz dort wuselt es immer total da kann man gut mit leuten ins gespräch kommt gerade auch mit jüngeren das finde ich immer total spannend weil dann doch noch mal die bedürfnisse oder die interessen auch anders sind als vielleicht die menschen die hierher kommen also bei jugendlichen wir waren auf dem hackischen markt unterwegs als auch ein ganz anderes klient hier da sind manchmal auch touristen jetzt mehr unterwegs wir waren am flussbad am es vor dem ismt gebäude vor der zlb also vor der zentralen landesbibliothek da steht man auch immer ganz gut da kommen viele menschen rein und raus die man mal flyer in die hand drücken kann mit dem man ins gespräch kommen kann weil wir immer noch in der phase sind dass wir die stadtwerkstatt in die stadtgesellschaft tragen und zeigen und erklären was was die idee dahinter ist ja ich kann mich auch noch daran erinnern beim projektwerkraum stadtgarten fluss da hatten wir sogar analoge werkstücke noch zur ergänzung zur digitalen beteiligung und diese analogen werkstücke haben wir dann auch kurzerhand mit ans lastenrad genommen und einen tag saßen wir glaube ich zusammen am flussbad café und haben dort mit der stadtgesellschaft gemeinsam die werkstücke ausgefüllt die menschen konnten sich also vor ort ein bild machen die pläne der landschaftsarchitekten sich angucken das mit dem bild vor ort abgleichen und dann ihre empfehlungen eintragen ja ein wirklich toller moment auch gerade in pandemie zeiten hat es mir total spaß gemacht da wieder direkt ins gespräch zu kommen ja mir ging es auch so das war ein ganz toller moment das war eine gruppe von studentinnen und wir konnten gleich die fragen beantworten die sich gestellt haben und auch mal gucken in wiefern solche beteiligungswerkstücke verstanden werden und auch die hilfestellung dann dazu geben die wir eigentlich auch mal vor ort geben wollen ich fand es sehr bereicherung und auch die der moment wenn man an dem ort steht und dann dazu einen plan hat dass man diese diesen abgleich zwischen hier ist der ort ist die realität und so wird das vielleicht auch dargestellt das ist ja auch ein learning was man was man wenn man sich beteiligt hat ja und wir freuen uns auch immer wieder auf hinweise wo wir mit dem lastenrad vielleicht noch mal vorbei kommen können wo gute orte sind hier in der mitte und wo wir vielleicht auch so zu ihnen kommen können und sie erreichen können dann gibt es noch eine dritte sache die jetzt ganz vor kurzem erst dieses jahr im öffentlichen raum sichtbar geworden ist aus der stadtwerkstatt heraus und zwar sind das die elemente am rathausforum die haben wir am 24 märz eröffnet in einer kleinen öffnungsfeier auch dazu konnten wir leider nicht ganz groß einladen wie wir es gerne getan hätten aber wir waren mit dem team vor ort und vielleicht hat der ein oder andere von ihnen die ja auch schon entdeckt sie stehen jetzt ziemlich zentral vor dem roten rathaus direkt am neuen u-bahnhof und bieten da informationen rund um den freiraum wettbewerb und was denkst du dorothea wie wirkt das so im stadtraum diese elemente also ich fand es einen ganz tollen moment als die elemente dann wirklich vor ort standen weil man natürlich man sieht den plan und man kann sich so vorstellen wie das vielleicht aussieht ist das dann groß genug auf diesem großen platz die elemente sind wirklich knalle knalle bunt das finde ich super also man sieht von weiten schon die verschiedenen farben ein pink ein blau ein gelb ein grün es kann diesen ort schon beleben mit der farbe allein und irgendwie schaffen diese elemente in ihrer anordnung auch so eine kleine sitz höhle so ein bisschen so ein behaglichen ort auch eine voraussagung oder so ein bild wie es vielleicht in der zukunft mal sein kann wie dieser ort auch sein kann und man kann sich dort hinsetzen also man kann sich ganz gut anlehnen und mal schauen wie so der ort auf einen wirkt wer so an einem vorbeiläuft das finde ich sehr angenehm es gibt sogar einen kleinen tisch quasi einen plantisch auf dem sie das die stadtkarte des stadtplan von der binden mitte sehen können und auch das projektgebiet der stadtwerkstatt und wo sie auch sehen wo sie uns finden also wo die stadtwerkstatt verortet ist und das ist ganz schön da könnte man vielleicht in zukunft mal einen kleinen pop-up dran machen ja genau denn die elemente sollen jetzt da auch noch ein bisschen stehen bleiben also noch mehrere monate und zwischendurch wird werden die elemente auch noch mal aktualisiert mit neuen informationen frisch aus dem freiraum wettbewerb aber dazu wird frau schön hat nachher direkt an den elementen auch genauer berichten noch mal aber ja ich finde es auch es macht einfach eine atmosphäre ich bin heute morgen gerade erst wieder vorbei setzen auch touristen drauf legen ihre sachen mal kurz ab und ich denke auch so bietet es einfach eine tolle chance sich noch mal ganz anders mit diesem ort zu beschäftigen apropos touristen es gibt auch immer eine englische version des textes also wenn sie mal gäste haben oder touristen das zeigen wollen da kann man es auch immer auf englisch lesen das finde ich total schön und ich finde es auch spannend einfach mal zu gucken wer sich da wer da stehen bleibt und sich dafür interessiert vielleicht ist auch ein anlass um miteinander ins gespräch zu kommen ja das habe ich auch schon beobachtet man auch noch mit dem lastenrad vor ort und da sind wir auch ins gespräch gekommen manche finden es toll den ort so wie er ist manche wollen was ganz anderes da haben ja und von daher vielleicht machen wir in zukunft der mehr solche temporäre maßnahmen die einfach den die wahrnehmung des raumes so ein bisschen aufschütteln so was kann der raum in zukunft sein auch nicht gleich ein haus was aus stein gemeißelt da steht sondern etwas was was ich verändern kann was auch bewegt werden kann und ich denke wir haben in letzter zeit oder generell in der stadtwerkstatt häufig den wunsch danach schneller schon sichtbare ergebnisse oder temporäre lösungen zu sehen und auch zu produzieren und ich denke das nehmen wir vielleicht auch mit für die nächsten drei jahre darum soll es ja heute nachmittag auch noch mal gehen wo wir noch mal mit ihnen diskutieren wollen wie sie eigentlich die letzten drei jahre wahrgenommen haben welche themen sie sich für die zukunft wünschen hier im raum und auch im stadtraum welche formate vielleicht gut ankamen oder von was wir vielleicht mehr brauchen ja genau ja wir hören gerade das team am wolkenmarkt auch noch kurz um sich aufzubauen deswegen bleiben wir hier noch ein bisschen an der ausbildungswand und vielleicht zeige ich noch mal kurz dieses ergebnis das wollte ich eigentlich vorhin schon zeigen vom wolkenmarkt noch mal kurz weil wir noch nicht ganz am rathaus forum angekommen da gab es ja wie gesagt beim zweiten pop-up eine abschlussdiskussion wo alle beiträge gesammelt wurden und alle vorstellungen wie das quartier in zukunft sein soll und da gab es ein graphic recording so nennt man dies kann man sich auch online angucken und einfach sehen was welche punkte waren ihnen wichtig welche welche qualitäten sollten auf jeden fall im wolkenmarkt erhalten bleiben also zum beispiel ruhezonen oder eine dachbegrünung wurde hier vorgeschlagen es sollen gemeinschafts räume entwickelt werden für die nachbar und auch für künstler in gemeinwohl oder gemeinschafts orientiertes wohnen wurde gewünscht was haben wir hier noch die geschichte muss auf jeden fall sichtbar werden ja ich glaube da sind wir auch schon beim guten stichwort eine geschichte wird ja aktuell auch schon sichtbar wir werden gleich auch einen blick in die ausgrabung werfen da können sie sich jetzt auch schon mal überlegen ob sie vielleicht noch fragen an herr majares vom landesdenkmalamt haben der da gerne berichtet was jetzt in den letzten monaten gefunden wurde und genau weil die ausgrabungen sind ja ein erster schritt sozusagen der jetzt den weiteren entwicklungen vorgelagert sind vielleicht noch ein schöner hinweis gerade wurde auch die molkenmarkt.berlin.de seite wieder geupdatet dort gibt es eine wirklich tolle virtuelle führung von herr majares falls sie heute noch nicht genug haben kann man sich dann mal durchklicken da steht er virtuell in einer grabung und erzählt wirklich alle details aus seiner expertise also nur kann ich nur empfehlen die seite vom molkenmarkt ja und wir hoffen natürlich auch dass wir bald die stadtwerkstatt wieder öffnen können so dass sie hier die ausstellung 20 auch noch mal ganz in ruhe angucken können weil ich haben wir auch mittlerweile es möglich gemacht immer auch auf den digitalen raum sozusagen von hier aus zuzugreifen so dass das auch noch mal in einander greift und dann in zukunft kann es ja vielleicht noch weiter wachsen wir haben dann noch ein paar das sehen sie vielleicht später noch wir haben noch ein paar freie kapitel wo auch die stadtwerkstatt noch weiter in die zukunft wachsen kann und freuen uns auf alles was kommt ja und jetzt freuen wir uns dass wir an den molkenmarkt vor ort abgeben können dort erwarten sie jetzt herr majares vom landesdenkmalamt und herr kühne unter weking im gespräch auf der plattform und mit direktem blick in die ausgrabung viel spaß dabei hier herrn mal jahres er ist beim landesdenkmalamt das war das richtig ja wunderbar dann habe ich es richtig recherchiert entschuldigung grabungsleiter hier für den molkenmarkt und wird uns dazu einiges erzählen der molkenmarkt war ja inzwischen insgesamt dreimal thema bei in der stadtwerkstatt meine kolleginnen hatten das gerade ja schon an der ausstellungswand sehr schön gezeigt und ja vielleicht sagen sie zwei drei sätze zu sich selbst herr majares und dann denke ich haben sie uns eine menge zu berichten was hier bemerkenswert ist und was wir vielleicht auch für das quartier lernen was wir hier in nächster zeit entstehen sehen ja vielen dank zu mir selbst kann ich kurz sagen ich bin archäologe und schon lange zeit in berlin bei ausgrabungen tätig zum beispiel beim humboldt forum habe ich auch das vergnügen habe die ausgabungen dort zu leiten und ja könnte sagen dass ich mich ganz gut im untergrund von berlin auskenne und das ist dann hier am molkenmarkt wo ich seit 2000 19 tätig bin eine nahtlose fortsetzung und hier haben wir ein riesiges stadtarchäologisches projekt so wie es in dieser größe eben noch nicht in berlin stattgefunden hat und das ist eine ganz tolle sache dass dann das amt berlin hat extra für dieses projekt 16 leute eingestellt und wir graben seit 2009 19 hier in diesem großen bereich also auf der fläche wo künftig eben hochbauten entstehen sollen und unsere aufgabe ist es die geschichte dieses ortes bis in die anfänge zurück bis in die zeit der stadtgründung vor 800 jahren zu erschließen und zu dokumentieren für uns ist all das was hier im boden ist ein denkmal und das wird zu einem großen teil zerstört werden durch die neubauten zu einem teil allerdings wollen wir auch archäologische fenster schaffen in denen die geschichte dieser stadt sichtbar gemacht werden wird und dafür unternehmen wir eben sehr große anstrengungen momentan wir graben im sommer wir graben im winter und der molkenmarkt ist so etwas wie die wiege von berlin also hier in der nähe der nikola kirche der ältesten pfarr kirche der stadt hier ist gewissermaßen die ja der geburtsort von berlin und das mittelalterliche zentrum und deswegen legen wir so großen wert darauf dass hier alles gründlich zu untersuchen kühne vielleicht haben sie auch noch ein zwei drei einschätzungen aus städte baulicher und architektonischer sicht hier zum projekt am molkenmarkt und wie sich das auch vielleicht auf die archäologie bezieht und was wir jetzt hieraus auch mitnehmen denn das ist ja schon ein riesen projekt hier ja wenn man in den ältesten teil berlins kommt fallen zunächst mal die großen markanten bauten aus der nachkriegszeit auch da steht der fernsehturm da ist die bebauung an der kalibnechtstraße an der rathausstraße und hier wo wir eben gehört haben berlin mal gegründet wurde gab es jetzt über jahrzehnte nur eine breite straße die wie eine autobahn wird wo man diagonal auf dem schnellsten wege durchfahren konnte schon seit der beginn der 90er jahre wurde diskutiert ob man diese straße nicht beseitigen kann ob man den verkehr nicht bändigen kann und dadurch den raum gewinnt um ein ganzes quartier neu zu bebauen und auch wieder glaubhaft zu machen dass es hier mal historische straßen schmale gassen und eine kleinteilige abwechslungsreiche bebauung gab wir wollen nicht wie wir das aus dresden aus potsdam oder aus frankfurt am main kennen bestimmte historische gebäude oder historische fassaden wieder aufbauen wir wollen aber wie herr majaris es schon gesagt hat viel aus der stadtgeschichte präsentieren und deswegen sind die archäologen unsere geborenen und wichtigen partner wir haben am petriplatz und einer breiten straße geübt wir haben die verabredung dass erst die archäologen graben damit wir eben genau wissen wo sind die interessanten zeugnisse also zum beispiel hier hinter dem roten rathaus ein kraftwerk vom ende des 19 jahrhunderts oder hinter uns mittelalterliche strukturen und auch der jüdenhof aus dem 18 jahrhundert und wir versuchen die bebauung darauf abzustimmen und dann soweit es interessant ist und präsentationsfähig ist auch in archäologischen fenstern diese funde zu zeigen und oft eben in sehr alltäglichen situationen das dann vielleicht nur in einem hauskeller auch mal gelegentlich etwas zu sehen ist und bei spektakulären fällen wie wir das ja am petriplatz haben wollen wir durchaus auch gerne überlegen ob man archäologische fenster schaffen kann die weitgehend oder oder ständig zuständig zugänglich sind ja dankeschön was war denn für sie besonders überraschend was sie gefunden haben also sowohl für sie als archäologe als auch für die besucherinnen die sie ja hier sehr regelmäßig auch über die grabungen führen da gibt es ja sicher unterschiede was sie besonders spannend finden und was die besucher besonders spannend finden also es gab sowohl ganz tolle schöne überraschungen als auch unangenehme überraschungen ich fange mal mit den unangenehmen an wir befinden uns ja in berlin einer stadt die vom zweiten weltkrieg ganz stark geprägt worden ist wir haben hier ganz viel munition gefunden das ist ein risiko dass ich immer wieder gerne hinweise munition sowie ein blindgänger 250 kilogramm der mit der äußersten vorsicht natürlich behandelt werden muss und der unsere arbeit ein bisschen stört aber nichtsdestotrotz auch das interessiert die leute und ich habe festgestellt dass das elektrizitätswerk was sie im herrkühne angesprochen haben das aus dem späten 19 jahrhundert stammt sehr sehr interessant ist für sehr viele leute die sonst keinen bezug zu geschichte oder archäologie bisher entwickelt hatten und das ist für mich ein guter weg um ja alle interessierten heranzuführen das war ungewöhnlich gut erhalten damit haben wir nicht gerechnet also mächtige pfeiler beton fundamente ziegel fundamente sogar noch reste von maschinen und das alles zeigt den wandel dieses ortes eben sehr anschaulich also hier wo heute eine straße verläuft war vor 100 jahren ein elektrizitätswerk und das wiederum hatte ein wohnquartier verdrängt also das sind diese dieser dieser jähl wandel der auch schon vor einiger zeit nicht erst in unserem jahrhundert stattfindet der hat hier gewissermaßen tradition das fand ich so spannend hier ja das ist sehr interessant also es ist ja auch so ein bisschen interessant zu betrachten dass sie das jetzt schon unter archäologischen gesichtspunkten betrachten was wir aus fotos ja kennen also man hat ja fotos von diesem elektrizitätswerk die man wunderbar auf dieser schönen website molkenmarkt.berlin.de angucken kann mit zusammen mit den 360 grad fotos von dem von der ausgrabung und das ist spannend dass das natürlich jetzt so übereinander lappt dass wir bildzeugnisse haben und es trotzdem schon eine ausgrabung ist also ja sehr spannend herr kühner haben sie denn noch besondere gedanken hier zu diesem ort wir haben ja auch hier einige videos gedreht die vielleicht nicht alle unserer zuschauer heute kennen ja wir haben zu meiner angenehmen überraschung heute die gelegenheit auf einer temporären dachterrasse über dem ganzen areal zu stehen das ist natürlich wunderbar um sich zu orientieren wir wollen ja im nächsten jahr hier nebenan auf dem jüdenhof areal etwas ähnliches auch installieren um dass diese dachterrasse ist ja eine funktions eine funktionsanlage für diejenigen die hier arbeiten und da wollen wir dann akteure und akteurinnen die mit der quartiersentwicklung zu tun haben aber vor allem bürgerinnen und bürger einladen das soll ein ort sein wo wir diskutieren wo wir informieren wo wir anregungen sammeln so wie wir das aus der stadtwerkstatt gewohnt sind und wir hoffen dass wir dann eben neben den grabungen einen zweiten anziehenden ort haben wo man sehen kann dass dieser diese wüste aus asphalt und beton die wir bisher hier gewohnt haben wirklich lebendig werden kann und wo wir auch schon ein vorgeschmack geben können auf das was wir uns an leben und aktivitäten hier im zukünftigen quartier erhoffen also wir das ist ja ein ort wo wir uns ganz intensiv mit der geschichte auseinandersetzen wollen und müssen natürlich es ist aber auch ein ort wo die lebendigkeit des heutigen berlin präsent werden soll und wo wir vor allem chancen für die zukunft entwickeln wollen denn all diese flächen die hier bebaut oder der größte teil der flächen die hier bebaut werden können sollen nicht mehr privatisiert verkauft werden das land berlin will eigentümer bleiben und insofern können die berliner politik und die berliner stadtgesellschaft wahrscheinlich auch langfristig darüber entscheiden wer kann hier wohnen welche was kann hier passieren wie kann man hier städtisches leben organisieren das nicht kommerzialisierte altstadt rummel ist und auch nicht das übliche innerstädtische leben wie wir es aus shopping malls kennen also insofern ist das eines der großen modellprojekte hier in der stadt und wie immer in berlin muss man dann auch wenn man so tolle ideen hat noch kleine hürden nehmen wir brauchen noch geld dafür das werden wir im nächsten jahr intensiv diskutieren mit den politisch verantwortlichen wir haben ja im september wahlen und dann wird es ja ein neues abgeordnetenhaus geben wir haben bisher für unsere aktivitäten sehr viel wohlwollen gespürt glaube die logiekollegen können das bestätigen wir haben ja gehört es ist aufwändig und teuer was hier betrieben wird und es ist natürlich erst mal auch aufwändiger und teurer in ein quartier zu investieren wenn man neu baut wenn es nicht 0815 häuser sein soll und nicht 0815 nutzen ja bleibt mir noch die frage wir haben jetzt wie ich ja schon gesagt hatte dreimal in der stadtwerkstatt in der zeit zum molkenmarkt gearbeitet was sind die nächsten schritte in der beteiligung wenn es jetzt tatsächlich um die konkretisierung auch der hochbauten geht denn das ist ja wenn ich das richtig in erinnerung habe der nächste schritt der dann dazu führt dass hier das quartier wirklich entstehen kann ja wir haben ja zuletzt am ende letzten jahres und in den letzten monaten eine sogenannte sondierungsphase für die ziele der planung hier gehabt das heißt ganz ganz viele akteurinnen akteure die in der planung wichtig sind sind befragt worden haben miteinander diskutiert wir stimmen gerade eine aufgabenstellung ab und wollen noch in diesem jahr ein qualifizierungsverfahren durchführen und also insofern werden wir ende des jahres sicherlich genauer wissen wie dieses quartier dann aussehen könnte und auch da geht es wieder darum wie werden wir der geschichte den archäologischen funden gerecht also soweit wir sie schon kennen also da können wir ja an exemplarischen orten das auch mal mit planungsteam durchspielen welche faszinierenden oder auch schwierigen bauaufgaben entstehen daraus wir mit wir arbeiten ja hier mit der wbm der wohnungsbaugesellschaft der ja auch im umfeld sehr viele gebäude und quartiere gehören unter dgw also mit diesen partnern arbeiten wir zusammen die wissen dann auch besser was auf sie zukommt und wir haben uns auch damit auseinanderzusetzen dass die politik uns aufgegeben hat hier auch die straßen und die freiräume innovativ zu denken also wir sollen nicht einfach traditionelle pflastern sondern wir sollen herausfinden ob die straßen und gassen verkehrs beruhigt sein können ob sie grüner sein können und noch interessanter für den aufenthalt das sind themen die wir in diesem jahr bearbeiten und dann werden wir natürlich wieder an die öffentlichkeit gehen und mit bürgerinnen und bürgern diskutieren und die auch die zwischenschritte der planung werden wieder in der stadtwerkstatt vorgestellt werden ja danke bevor ich jetzt die teilnehmer in auffordere auch fragen an uns zu stellen noch eine letzte frage anhand mal jahres sie haben gerade so schön betont dass das auch alles denkmal sind die wir haben blutet ihnen das herz dass da jetzt gebäude drauf gestellt werden und dass die zerstört werden wie sie das so schön gesagt haben oder können sie damit gut umgehen inzwischen kann ich damit gut umgehen es ist ja so dass das der regelfall ist dass wir etwas ausgraben und dass es dann zerstört wird mir würde das herz bluten wenn wirklich alles zerstört würde wie ich ja sagte und wie herr kühner auch sagte wir werden einiges erhalten können wenn wir archäologische fenster schaffen und andererseits ist es natürlich so dieses quartier hat sich schon immer gewandelt und die neubauten sind eben ein erneutes zeichen dieses wandels insofern ist das auch ganz normal ja vielen dank haben wir fragen aus der teilnehmerschaft ja jetzt hören wir dich auch ganz gut dorothea das war eben noch ein bisschen schwierig aber super vielen dank okay wunderbar also einmal fragt der kaufmann das klosterviertel und die molkenmarktregion sind ja im kontrast zur friedlichstraße sehr heterogen wie kann man diese vielfalt zu einem identitätsstiftenden kennzeichen der neuen vielfältigen bürger in den stadt werden lassen ich nehme an die frage geht an mich dann würde ich sie auch gerne beantworten ja das ist richtig wir haben jetzt darüber gesprochen was entstehen kann und was zu beachten ist auf den flächen die neu zu bebauen sind aber gerade auch in der schon eben erwähnten sondierungsphase sind wir naheliegenderweise darauf gekommen dass wir uns auch sehr stark mit dem auseinandersetzen sollten und müssen was hier bereits existiert und das sind zum einen so interessante gebäude wie die alte münze die ja auch gerade umgenutzt wird wo es auch sehr sehr kreative nutzerinnen und nutzer gibt es sind ehrwürdige gebäude wie das rote rathaus oder das stadthaus oder regierende bürgermeister der innensenate und auch das landes denkmalamt sitzen wir haben bauten aus den 70er jahren hier in der klosterstraße die großmaßstäblich und sperrig wirken die aber auch erneuert und umgenutzt werden können und wo es ja auch kulturprojekte schon gibt und wir haben auch so etwas bizarres wie ein riesiges parkhaus hier gleich gegenüber dass ein zunächst dass einem zunächst mal nicht besonders attraktiv erscheint aber wo wir auch die ganz viele fahrzeuge für das neue quartier unterbringen können also wir haben inzwischen gelernt dass eigentlich zwischen all diesen verschiedenen gebäuden nutzer und nutzer synergien gute bezüge hergestellt werden können und wir müssen eben jetzt auch herausfinden welche kontraste wir setzen können also wir wollen ja kleinteiliger bauen wir wollen eben nicht mehr ganze blöcke einheitlich bebauen und wir wollen eben so bauen dass man hier angenehm wohnen leben und arbeiten kann und das ist ja bei vielen gebäuden oder grundstücken hier im moment nicht der fall herzlichen dank dann die zweite frage bitte ich denke wir haben noch zwei ich habe noch eine frage man kann sich ja im moment die straßenführung hinter dem rathaus anschauen richten gruner straße wie ist der anschluss an die zehn fahrspuren künftig geplant oder wird der tunnel geschlossen oder die straße lediglich unter einer hälfte der s-bahnbrücke durchgeführt nein der tunnel wird nicht der gruner straße wird nicht geschlossen werden die er ist ja auch vor einigen jahren erneuert worden es wird nur eine verschwenkung der straße geben also im bereich unseres quartiers wird die straße noch sehr breit bleiben für längere zeit aber schmaler sein als die bisherige gruner straße und das ist eine frage die uns oft gestellt wird wie kann man eigentlich im 21 jahrhundert wo wir uns mit neuen mobilitäts und mit klimafragen auseinandersetzen im neubau eine so breite straße bauen unsere antwort ist wir werden noch für viele jahre hier sehr viel durchgangsverkehr haben wir wollen aber hier auch jetzt schon diskutieren wie können diese breiten straßen in zukunft genutzt werden also wie machen wir sie verkehrswende tauglich und das ist eine der fragestellungen aufgabenstellung die wir jetzt in das planungsverfahren das ich eben schon kurz skizziert habe mitnehmen und dazu wollen wir dann auch zum jahresende erste antworten präsentieren ja prima ich habe gerade bedeutet bekommen dass wir mit der zeit jetzt hier am ende sind ich danke ihnen ganz herzlich einmal jahres dass sie sich bereit erklärt haben uns heute hier auf diese wunderbare plattform zu führen und einige sätze zu den ausgrabungen zu sagen und ich gebe damit zurück in die stadtwerkstatt und wir wechseln unseren ort und finden uns gleich auf der anderen seite hinter dem roten rathaus am rathaus forum bei den info elementen wieder die seit märz dort stehen insofern erst einmal viel spaß weiter mit frau langer und wir sind dann gleich wieder da ja vielen dank für die ganzen informationen und die spannenden einblicke in die aktuellen entwicklungen am morgenmarkt und in diese tollen grabungen die man da sehen kann ich begrüße sie jetzt ganz herzlich wieder hier im raum der stadtwerkstatt den wir uns jetzt gemeinsam noch mal genauer angucken wollen weil die stadtwerkstatt war in den letzten jahren ja nicht nur draußen im stadtraum unterwegs sondern vor allen dingen auch hier in dem raum der sich ja auch stadtwerkstatt nennt den raum haben wir in den letzten jahren gemeinsam gestaltet und versucht eine atmosphäre zu schaffen in der man gemeinsam arbeiten kann auch hier diese tolle bodenkarte zeigt das projektgebiet in dem wir mit dem wir uns hier immer wieder befasst haben so dass wir in verschiedenen veranstaltungen auch direkt auf dem plan im projektgebiet gemeinsam arbeiten konnten außerdem gibt es tische zum arbeiten ein lounge sessel um in gemütlicher atmosphäre ins gespräch zu kommen und so versuchen wir den raum nach wie vor für verschiedene nutzungen zur verfügung zu stellen eben haben sie schon die ausstellung gesehen die ich jetzt noch mal etwas genauer erläutern will und zwar ist die hier am hinteren teil des raumes aufgebaut und nennt sich eine wachsende ausstellung das heißt die ausstellung wächst mit dem prozess mit mit jedem schritt den wir machen und mit jeder station die wir mit der stadtwerkstatt machen kommt sozusagen ein neues kapitel an die wand und dann kann man hier an der wand in in der stadtwerkstatt sozusagen den ganzen prozess nachverfolgen sich alle dokumentationen die wir schreiben nach den veranstaltungen noch einmal durchlesen und somit nachvollziehen was die stadtgesellschaft für empfehlungen gibt welche projekte hier bearbeitet wurden und welche spielräume ist sozusagen in zukunft auch noch geben wird diese ganze ausstellung wird von frau brugger kuratiert und wächst jetzt nach und nach weiter das letzte kapitel ist aktuell noch die smt und der zu dem projektwerk raum stadtgarten fluss aber dort folgen jetzt auch noch die veranstaltungen die im letzten halben jahr hierher kamen genau neben dieser ausstellung wurde der raum aber nicht nur von dem prozess der stadtwerkstatt genutzt sondern auch für andere initiativen zur verfügung gestellt beispielsweise kamen hier schon filmprojekte in den raum und haben ihre kleinen aufnahmen gemacht und hier gemeinsam gearbeitet außerdem gab es auch immer wieder externe ausstellungen wie zum beispiel einmal eine ausstellung hier zum komplex der kalibknechtstraße 11 der die dann hier im hinteren raum ausgestellt wurde und auch kurz vor knapp bevor die pandemie leider den raum geschlossen hat haben nochmals studierende der tue münch der tue berlin hier pläne und modelle zum markt vorgestellt so wird der raum sozusagen zu einem kollaborativen ort wo ganz verschiedene initiativen zusammenkommen können und ihn für sich nutzen können ein weiterer zentrale ein weiteres zentrales format was immer wieder hier stattgefunden hat und wo an dieser stelle genau herr nehmen sie eigentlich immer begrüßt hat war das forum unser forum findet seit beginn der stadtwerkstatt 2018 jeden zweiten mittwoch im monat statt und lädt die stadtgesellschaft zur vernetzung zu gemeinsamen austausch und zu gesprächen ein dort ist auch immer die senatsverwaltung vertreten aber das forum ist vor allen dingen der ort wo sie auch das forum ist zweimal auf exkursionen gegangen das war im sommer 2019 und in der ersten exkursion sind wir gemeinsam auf die fischerinsel gegangen und haben dort das kreativhaus der fischerinsel vor ort besucht und sind dann weiter zum historischen hafen und haben dort genauere informationen zum projekt heimatland bekommen das war immer eine ganz schöne erfahrung weil man eben direkt vor ort gesehen hat was die verschiedenen bürgerinnen und bürger hier im quartier ermöglichen was sie alles machen und wie sie daran arbeiten die berliner mitte zu einem schönen ort zu machen in der zweiten exkursion ging es dann zum theater discounter hinter dem jüdenhof das ist ein kleines theater hier in der berliner mitte die uns eingeladen haben sie vor ort kennenzulernen dort haben wir aber nicht nur den theater das counter kennen gelernt sondern auch die einen neuen dialogbotschafter gewählt die dialogbotschafter waren wichtiger teil der begleitgremien in der stadtwerkstatt und sozusagen die stimme der stadtgesellschaft in diesem gremium das den ganzen prozess begleitet hat diese wahl hat dort stattgefunden damit eben die stadtgesellschaft ihre vertreter innen selber in den begleitkreis entsandten konnten im anschluss an diesen an diesen block im theater discounter ist dann herr kühne mit uns auf exkursion zum jüdenhof gegangen um schon einmal auf den pop-up der dann kurz danach stattgefunden hat vorzubereiten so konnten sich die bürgerinnen bereits ein paar tage vor dem pop-up informieren und diese informationen dann auch in ihrer empfehlung mit aufnehmen im forum selber stellen sich auch immer wieder verschiedene initiativen vor so hatten wir zum beispiel schon die berliner hefte zu gar zu gast die ihr heft zum marx engels forum vorgestellt haben aber auch changing cities oder auch eine initiative die dafür ist die spandauer straße zu einem verkehrsfreien ort zu machen jetzt ganz zuletzt im letzten forum war eine choreografie gruppe zu gast die gerade rund um den alexander platz eine kleine choreografie entwickelt um den ort zu erfahren erfahrbar zu machen und hat dazu eingeladen gleichzeitig gibt es im forum auch immer wieder die möglichkeit kreativ empfehlungen einzubringen auch hier haben wir jetzt zum beispiel die veranstaltung heute nachmittag schon gemeinsam vorbereitet und die bürgerinnen und bürger im forum konnten ihre ideen als bild in das forum mit einbringen genau damit hat sich das forum in den letzten jahren zu einer wirklich wichtigen institution in der stadtwerkstatt entwickelt wo sozusagen stadtgesellschaft und verwaltung auf ganz einfache art und weise ins gespräch kommen mit der pandemie ist das forum auch in den digitalen raum umgezogen das heißt es hat nicht aufgehört sondern wir treffen uns jetzt jeden zweiten mittwoch im monat über zoom das ist zwar nicht mehr ganz so persönlich aber der austausch funktioniert trotzdem ziemlich gut finden wir und es kommen immer wieder tolle gespräche in zustande ein weiterer schwerpunkt der sich auf wunsch der bürger im forum verankert hat sind die informationen aus der senatsverwaltung für stadtentwicklung und wohnen es gab immer wieder rückfragen zu einzelnen kleineren oder größeren entwicklungsprojekten da wir diese nicht alle immer in einer einzelnen veranstaltung zur beteiligung bringen können hat sich die senatsverwaltung hier bereit erklärt im forum immer mal wieder über einzelne projekte zu berichten dafür tauscht sich frau hemberg die projektleiterin aus der senatsverwaltung für stadtentwicklung und wohnen mit ihren kolleginnen aus die das aktuell bearbeiten das projekt und berichtet dann im forum diese informationen so konnten wir zum beispiel schon informationen über die aktuellen entwicklungen am kultur forum erfahren oder auch über die entwicklung am checkpoint charlie und vom haus auf one ja jetzt gucke ich einmal ich sehe gerade dass unser außenteam noch einen kurzen moment braucht um am rathausforum anzukommen dort werden wir gleich die von eben berichteten elemente noch mal live und in farbe sehen und freuen uns hier auch auf ihre fragen also wenn sie noch fragen zum zum freiraum wettbewerb haben können sie diese jetzt auch schon gerne in den chat stellen und wir geben sie dann wieder weiter vor ort genau wir freuen uns natürlich auch wenn sie mit ihren fragen und ideen weiterhin ins forum kommen dies wird in den nächsten monaten weitergeführt und ja wir freuen uns immer wieder über neue projekte fragen initiativen und einfach einen schönen austausch und diskurs denn das ist wirklich der ort wo wir in die diskussion eintritt ein in die diskussion miteinander kommen können und uns austauschen können da sind wir lang geht es weiter am rathausforum dort freue ich mich jetzt dass wir frau schön hat von der senatsverwaltung für umweltverkehr und klimaschutz begrüßen können und genau damit gebe ich jetzt wieder ab ans außenteam ja wir haben jetzt einen blitzartigen ortswechsel hinter uns gebracht und sind einmal ums rote rathaus rumgelaufen treffen wir an den ausstellungselementen die seit märz über den wettbewerb rathausforum informieren die frau schön hat von der senatsverwaltung für umweltverkehr und klimaschutz die sich ihrerseits mit diesem wettbewerb zum rathausforum und der weiteren gestaltung dieses ortes beschäftigt ich habe gerade noch mitgeteilt gekriegt dass noch eine weitere frage für den moltenmarkt nachgereicht wurde und die würde ich jetzt gerne bevor wir in das thema rathausforum einsteigen doch an herrn kühne weitergeben dorothea würdest du die frage bitte reingeben ja sehr gerne wir haben ja noch eine frage bekommen also eine kurze frage zum jüdenhof können sie noch ein paar worte zum alten jüdenhof sagen die erste frage ja der jüdenhof war ja eine ganz besondere anlage in mitten eines blocks die archäologen haben uns über mittel die vor jahren ja schon mal einen wesentlichen teil ausgegraben haben dass er wohl im 18 jahrhundert entstanden ist da hat man ein eine durchwegung in den block hergestellt und dort einen kleinen platz angelegt und dort sind zweigeschossige später teilweise auch dreigeschossige kleine häuser entstanden und diese anlage hat bis zur zerstörung im zweiten weltkrieg bestanden und überraschenderweise trotz des namens ist sie auch in der zeit des nationalsozialismus restauriert worden also es war ein ganz besonderes idyll abseits der sehr geschäftigen straßen in der historischen mitte von berlin und mit der neuen bebauung wollen wir uns auf diese alte bebauung beziehen sie soll auch zwei bis drei geschossig werden und wir möchten gerne auch erreichen dass es viele kleine einzelne häuser sind und dazu diskutieren wir dann auch in dem wettbewerbsverfahren zum molkenmarkt in diesem jahr ja herzlichen dank vielen dank eine andere frage zum molkenmarkt darf ich die schnell hinterher schieben und zwar wie genau wollen sie verhindern dass gleichförmige glatte blöcke entstehen wo doch alles nur von wenigen wohnungsbaugesellschaften gebaut wird können sie sich auch in angebung an die gebäudetykologie der ähnlichen altstadt vorstellen also symmetrie der fassaden oder steildächer das ist eine thematik die wir jetzt im qualifizierungsverfahren diesem jahr diskutieren werden dass wohnungsbaugesellschaften auch kleinteilig bauen und bewirtschaften können sehen wir ja im nikolai viertel also die wwm soll ja bauherr für zwei blöcke im molkenmarkt werden sie ist auch eigentümer fast des gesamten nikolai viertels also dort ist zu ddr zeiten ist ja sehr kleinteilig gebaut worden dort sind da sogar historische fassaden rekonstruiert worden ich habe es vorhin schon gesagt dass das eigentlich bisher nicht unser programm ist also insofern ist die kleinteiligkeit für uns ein ganz wichtiges ziel aber wir wollen nicht nur zurückblicken wir waren eben auf einer dachterrasse es ist auch was wunderbares über den dächern von berlin zu sein was es eben historisch überhaupt nicht gab und das wollen wir eben herausfinden aus welche qualitäten aus der vergangenheit können wir anknüpfen und gibt es neue interessante arten der gestaltung und der nutzung wir bauen ein viertel für das 21 jahrhundert aber an einem historisch sehr vorgeprägten ort und das gibt viele möglichkeiten und ende des jahres wissen wir mehr in welche richtung wir gerne gehen möchten ja vielen dank ich denke damit sollten wir das thema molkenmarkt dann verlassen und hier auf dem rathausforum ankommen frau schön hat vielleicht mögen sie zwei drei sätze zu sich selbst und zu ihrer tätigkeit jetzt im rahmen auch des wettbewerbs sagen genau ich bin ich bin von der senatsverwaltung für umweltverkehr und klimaschutz und bearbeitet im freiraumbereich hier oder für die senatsverwaltung im freiraumbereich wir machen gemeinsam mit der senatsverwaltung für stadtentwicklung und wohnenden wettbewerb aber schließlich und endlich die realisierung des wettbewerbs also der bauen die durchführung des rathausforums und max engelsforums wo wir jetzt hier stehen das wird die grünen berlin gmbh machen die betreuen wir fachlich ich selbst bin jetzt seit april ganz frisch gruppenleiterin für die gestaltung des öffentlichen grüns und ja ich freue mich ich habe aber das projekt schon früher begleitet weil ich habe auch schon früher in der gruppe gearbeitet und dann war ich die bearbeiterin dieses projektes und hatte hier bei zahllosen ja zahllos bei vielen öffentlichen veranstaltungen in der stadtwerkstatt die vorbereitung des wettbewerbs aber auch in zundierungsgesprächen begleitet das heißt aber perspektivisch wird meine aufgabe das wichtigste sein die durchführung also den bau zu begleiten das dauert aber noch weil zuerst kommt der wettbewerb vielleicht vielleicht mögen sie ein bisschen was dazu erzählen was so die wesentlichen herausforderungen hier sind und wie jetzt auch so der nächste ablauf ist wir haben ja jetzt hier so einige infos schon bekommen aber vielleicht darüber hinaus was jetzt auch diesen sommer passiert und wann denn auch was an ergebnissen vielleicht zu sehen ist was die entwürfe jetzt betrifft ja kühne das ist ja viel die aufgabe des wettbewerbs dieses jahr machen wir den wettbewerb in zwei phasen ihre mitarbeiterinnen frau rüns und verwalter und sie haben das ja so toll begleitet mit dem duo und wir hatten jetzt die erste phase vorbei mit dem preisgericht und jetzt im august ist das preisgericht für die zweite phase erste phase des wettbewerbs und das können sie auch hier ganz toll an diesem ausstellungsobjekt und sehen die es hier gibt ich kann nur empfehlen sich die auch noch mal durch zu lesen in der ersten phase hatten wir viel nach der vision gefragt wir haben hier ein freiraum der geht von der spree das gegenüber ist das humboldt forum dass das max engels forum mit einem wundervollen alten baumbestand ich bin immer wieder bezaubert und begeistert was wir hier an vegetation auch stehen haben die auch die baustellen alle ganz gut überstanden haben und dann geht es eigentlich weiter bis zur s-bahn station und dem fernsehturm mittendrin wir haben hier ein total beeindruckende umrahmung des freiraums die gebäude des nikolaifürde das rote rathaus hinten die wohnbebauung entlang der rathausstraße und die andere seite wir haben die marienkirche in der mitte stehen und neptun brunnen auch noch und werden auch noch vom plan zu tun das ist unsere blick achse wir gucken eigentlich zum alexanderplatz in die richtung und in die richtung gucken wir auf das neue humboldt forum also ein total beeindruckender großer raum freiraum in berlin und den gilt es zu gestalten deswegen haben wir in der ersten phase nach der vision gefragt wie sehen sie die planerinnen sind immer landschaftsarchitekten in gemeinschaft mit einem künstler also das ist freigestellt wie sehen sie diesen freiraum division wo kommen wir hier hin also ein geschichtlich total vielfältiger ort was nicht alles unter uns was sehen wir gerade wo kommen wir hin das war die erste phase die haben wir abgeschlossen und jetzt im juli geben die planungsbüros die wir ausgewählt hatten aus der ersten phase einen zweiten beitrag ab also wettbewerbsbeitrag und da ist im august dann das preisgericht dazu und da geht es dann viel mehr auch darum wie kommen wir in den prozess rein also wie wird das realisiert die zweite phase sagt dann 20 30 wie soll es hier aussehen auch diesen zwischenschritt schritt 20 24 es wird dieses jahr dann ein wettbewerbsergebnis sein das sehen wir dann auch eine ausstellung dazu von den ganzen arbeiten die eingereicht wurden und ja und dann fängt eigentlich mein part an danach der bau das dauert perspektivisch noch immer etwas komplexe nach planungsaufgabe vor allem mit diesen vielen akteuren hier deswegen ja vielleicht schließen wir da einmal an herr kühne es gab ja oder es gibt ja sehr viele diskussionen um diesen ort um diesen freiraum wie er genutzt werden soll wie er gestaltet werden soll was macht diesen ort so besonders schwierig es ist ja erstaunlich dass wir die planungen für diesen wichtigen freiraum erst 30 jahre nach der wiedervereinigung zu einem punkt bringen können wo dann auch in absehbarer zeit mal gebaut wird also wo man einfach auch mal positive veränderungen sie das liegt daran dass dieser ort der ja übrigens ja auch keinen einheitlichen namen hat also wir rathaus forum max engels forum also es manche bezeichnen den bereich um neptunbrunn einfach auch als alexanderplatz dass es sehr ganz unterschiedliche sichtweisen auf diesen ort gab und gibt die einen vermissen hier die altstadt dieses hier mal gab oder jedenfalls das was im 19 jahrhundert so als geschäftsstadt daraus geworden war mit schmalen straßen und kleinen plätzen die anderen betonen zu recht wie eben auch gehört haben dass auch dieses areal so wie es in der nachkriegszeit von der ddr regierung gestaltet wurde als eine der großen und ambitionierten stadtplanungsprojekte in europa das ganz besondere bedeutung hat auch im freiraum auch was die grünen qualitäten angeht und es gibt dritte die sagen und seid nicht nostalgisch guckt nicht zurück auf die vorkriegszeit betrachtet nicht immer nur das was die ddr hinterlassen hat sondern entwickelt visionen für die zukunft für das 21 jahrhundert und das zusammenzubringen ist relativ schwer die politik hat deswegen lange nicht gewagt zu entscheiden sich einer der drei visionen oder der vorstellung anzuschließen wir haben einen bürgerbeteiligungsprozess durchgeführt da sind bürgerleitlinien entstanden und diese bürgerleitlinien die sind auch wichtig für den jetzigen und zukünftigen planungsprozess und auch wenn wir wenn die jury eine entscheidung getroffen hat in der jury sind übrigens übrigens auch ein bürgervertreter dabei auch wenn die entscheidung getroffen hat wird es weitere diskussionen geben also sehr sehr viel was hier geplant und gestaltet werden kann muss einfach auch mit der zivilgesellschaft eng abgestimmt werden nicht nur weil wir politisch dazu verpflichtet sind sondern weil wir einfach auch gute erfahrungen gemacht haben wir bekommen so viele ideen es gibt so viele menschen die die orte hier noch deutlich besser kennen als wir beide und das ist der mehrwert den wir aus den verfahren in der stadtwerkstatt gewinnen ja danke jetzt ist für mich natürlich die frage wenn dann das perspektivisch in den bau übergeht entwürfe entstehen was sind denn die nächsten schritte in der bürgerbeteiligung dann die als folge geplant sind wie kleinteilig wird es dann sein wird es noch einmal einen großen rundum schlag geben wo man sagt so jetzt können sie noch mal auf die entwürfe reagieren oder wird es dann noch mal differenzierter betrachtet werden später im verfahren schwierig herr kühne wir haben ja den wettbewerb ist es ein realisierungswettbewerb und damit hat man eine idee auserwählt auch mit bürgervertreterin und in die ausloggen haben wir die ganzen an marken oder hinweise und empfehlungen eigentlich alle mitgenommen oder versucht mitzunehmen alle wird man nie schaffen aber wir hatten dazu sehr viele sondierungsgespräche und beteiligungen und haben die alle den planungsbüros mitgegeben aber dadurch dass es ein realisierungswettbewerb ist und dieser realisierungswettbewerb betrifft jetzt marx engels forum und das rathaus forum hier hat man eigentlich eine idee oder einen entwurf ausgewählt also bei dem kommt man dann nicht mehr so weit weg weil der hat einfach gewonnen und wurde auch prämiert und das sagt ja auch realisierungswettbewerb aus jetzt ist aber so wir haben auch noch ganz viele planungen oder ganz wir haben auch noch planungen die anstehen mit denen wir uns auseinandersetzen müssen das ist auch die tram linie die hier lang führen wird wie wird die spanndauer straße aussehen das haben wir in einem wettbewerb mit reingegeben dass es hier veränderungen gibt aber deswegen ist im wettbewerb auch ganz wichtig die prozesshaftigkeit oder auch eine struktur zu schaffen sage ich sehr das ist so etwas planerisches reden das versteht nicht immer jeder ein gerüst zu haben an einem freiraum der ganz viel aufnehmen oder auf vieles reagieren kann das muss eine straße starke gestaltungssprache sein die das auch zulässt dass es veränderungen gibt und auch in zukunft veränderungen wir wissen nicht alles aber wir wissen einiges schon sehr viele und ich glaube da haben wir auch eine produktive rollenverteilung wir haben es gehört es gibt kolleginnen und kollegen die müssen sehr darauf achten was ist jetzt eigentlich schon entschieden und was kann jetzt auch gebaut und umgesetzt werden und wir wie wir ja die gesamtverantwortung haben für die areale auch ringsum und für den beteiligungsprozess zur berliner mitte wir achten natürlich auch sehr darauf wo sind noch die spielräume und die da gibt es sehr viele also zum einen erst mal für temporäre maßnahmen ist tatsächlich gebaut wird sind viele auch förmliche verfahren schritte ab zu absolvieren also wenn es in diesem jahr einen ausgewählten wurf gibt heißt es ja nicht dass im nächsten jahr schon gebaut werden kann es dauert einfach und wir sind überzeugt ich glaube die überzeugung teilen wir dass man bestimmte dinge eigentlich schon vorher auch ausprobieren sollte also ein ganz wichtiges thema ist die spandauer straße man kommt einfach nicht gut rüber also vor allem nicht in der mittelachse wenn die u-bahn baustelle ganz weg ist dann wollen wieder viele vom fernsehturm über dem neptun brunnen ans ufer und das ist zum beispiel gelegenheiten wo wir also mit dem ausgewählten planungsteam aber auch mit bürgerinnen und bürger schnelle und temporäre lösungen entwickeln können oder wir erwarten auch ideen also es gibt den realisierungsteil es gibt einen ideenteil im wettbewerb wie man den bereich an der markthalle der ehemaligen markthalle gestalten kann da wollen wir dann auch nächstes kleines verfahren machen also diese ja dieses spannungsfeld mal endlich konkret zu werden auch zu bauen nachdem hier jahrzehnte eigentlich nicht investiert oder wenig investiert wurde nur an der marienkirche und am fernsehturm und andererseits noch die gelegenheit zu nutzen die orte weiter zu entwickeln das werden wir gemeinsam und auch mit einer unterschiedlichen rollenverteilung gerne angehen ja prima vielen dank bevor wir zu den fragen kommen möchte ich noch eine noch eine persönliche frage stellen was ist denn hier in diesem großen areal ihre persönlicher lieblingsort frau schönhard wo halten sie sich am liebsten auf also schwierig das ist sehr persönlich ich habe hier drinnen geheiratet deswegen halte ich mich davor am liebsten auf weil ich einfach viele erinnerungen damit verbinde aber wie gesagt also er hörte meine liebe zu den bäumen ich halte mich eigentlich am liebsten dann unter den bäumen auf das ist ich habe so zwei lieblingsorte ich kann mich nicht so ganz entscheiden und sie herr kühne das wechselt durchaus da haben wir was gemeinsam also im moment faszinieren mich die orte wo man jetzt veränderungen schon sichtbar sind also hier ist plötzlich ein u-bahnhof also man kommt einfach gut viel besser hierher man wird sich in den bewegungsabläufen ja umorientieren jetzt gibt es wieder einen ersten durchgang vom rathaus zum neptun brunnen also man hatte schon ganz vergessen dass wie wichtig der bezug zwischen brunnen und rathaus ist und dann gibt es noch einen ort für den ich mich auch persönlich sehr verantwortlich fühle wir haben vor jahren kleinen wettbewerb für das luther denkmal durchgeführt der es auch noch nicht umgesetzt und das ist auch immer eine herausforderung in berlin es passiert so viel man darf dann man muss auch darauf achten dass die kleinen besonderen orte und die besonderen gestaltungsvorschläge dass die einfach auch weitergehen also insofern hat luther auch meine sympathie ja vielen dank sehr schön dann bekommen wir jetzt mal zu den fragen aus dem publikum haben wir da welche dorothea ja könnt ihr mich denn gut hören wir hören dich wunderbar okay also es kam tatsächlich eine ein bisschen eine kritik an der beteiligung am 22 april also einmal es war schwierig die entwürfe wirklich anzusehen weil es eine große fülle gab und obwohl sich herr markus damit lange beschäftigt hat war es schwer für ihn da überhaupt kommentare abzugeben und er wollte einfach fragen wie es anderen ging und ob man da vielleicht in zukunft das besser machen kann ja ich also ich glaube für kritik bin ich zuständig für lob sollten sie auf lob sollten sie reagieren ich kann nur um verständnis bitten wir haben es eben schon gehört es ist ein realisierungswettbewerb wir müssen darauf achten dass die anonymität der teilnehmenden teams gewahrt bleibt also wir wir wollen aber auch wir wollten aber auch frühzeitig den bürgerinnen und bürgern die ja sehr interessiert sind schon mal ein einblick geben welches spektrum von visionen präsentiert wurde und normalerweise machen wir solche informationsveranstaltungen ja auch im präsenzmodus da hängen dann arbeiten da kann man die sich in ruhe angucken das ist natürlich online unter dem gesichtspunkt der anonymität der vertraulichkeit schwieriger wir hoffen dass die nächsten schritte dann jetzt unter corona bedingungen ablaufen wo wir uns einfach wieder treffen können wo wir das in einem saal präsentieren können wo man sich einfach auch mehr zeit nehmen kann um sich planen informationen anzusehen und vor allem nach der jürientscheidung haben wir auch dieses probleme der anonymität nicht mehr also wir geloben besserung und sind natürlich auch oder verstehen auch dass diese kritik kommt sie ist durchaus nachvollziehbar ich muss nur sagen ich durfte mir sachverständige die arbeiten ja persönlich im raum anziehen da hatte ich ein zeitfenster auch für mich es waren so viele die fülle also da braucht man zeit also das ist auch für mich eine herausforderung gewesen also kann man tage verbringen wirklich aber ja die nächste phase sind weniger arbeiten dann gelingt das besser ja vielen dank haben wir noch weitere fragen dorothea ja es sind noch zwei reingekommen die erste frage geht es um die baustelleneinrichtung und zwar was hindert eigentlich einen schnellen konsequenten rückbau der baustelleneinrichtung und der wiederherstellung des status quo also mein eindruck nichts wenn man also die bauzäune sind ja zum großen teil schon gewichen hier wird ja gerade schon die eine große ausstellung der senatskanzlei aufgebaut und wenn man hinter die zäune guckt werden dort gerade die wege wieder hergestellt also wir wissen glaube ich jetzt nicht genau wann der letzte bauzaun weg sein wird aber wir sind in der letzten phase des countdowns ist mein eindruck genau also es wird wieder hergestellt wie davor das war das plan feststellungsverfahren zum bau aber die sind noch am herstellen der belege was ich gesehen hatte das wird bald passieren denke ich aber genauen zeitlang kenne ich auch nicht gut dann haben wir noch eine letzte frage genau die letzte frage zur gastronomie gibt es schon konkreteres zur wiedereröffnung der gastronomie im rathaus an der spandauer seite und mögliche eröffnung eines archäologischen fensters fensters an dieser stelle ja das ist ein thema was jetzt nicht mittelbar mit dem freiraum wettbewerb zu tun hat aber doch ganz wichtig ist alle die den ratskeller kennen der ja zu ddr zeiten ein ja hochrangiges und ganz beliebtes restaurant war und die wissen dass es hier lange leerstand gibt werden ihn vermissen es soll noch in diesem jahr einen ansatz geben für eine temporäre öffnung des rats kellers die senatskanzlei will mit der mit dem stadtmuseum zusammenarbeiten das stadtmuseum möchte eine renommierte kuratorin engagieren die ideen entwickelt wie man auch mit einer künstlerischen bespielung schon bald diesen keller wieder öffnet und unser haus hat formal die verantwortung für das archäologische fenster deswegen sollen wir auch die kuratoren bezahlen machen wir gerne können wir uns in diesem jahr erfreulicherweise leisten und in diesem zusammenhang werden wir dann auch noch mal ansprechen dass wir gerne sehen würden dass das archäologische fenster hier am rathaus auch in den nächsten jahren weiter geplant und dann gebaut wird für diejenigen die keine vorstellung damit verbinden die archäologen haben hier auch hier gegraben als der u-bahnhof gebaut wurden und vor dem rathaus in dem bereich hinter uns liegen unter dem pflaster und asphalt reste der kellergewölbe des mittelalterlichen rathauses als man das neue rathaus gebaut hat hat man dieses alte abgerissen aber das neue dahinter gesetzt und es ist vorgesehen hier zwischen u-bahnhof da soll es dann auch ein fenster in diese diesen alten rats keller geben und rathaus diese gewölbe dann freigelegt und zugänglich gemacht werden bisher sind wir noch verantwortlich wir würden gerne dafür sorgen dass die senatskanzlei die hausherrin ist das projekt dann übernimmt und wir sind ganz zuversichtlich dass wir das auch in den nächsten jahren erreicht ja herzlichen dank haben wir noch eine weitere frage oder enden wir moment nicht aber ich lade alle hat sich dazu ein natürlich noch fragen zu stellen haben wir noch zeit fünf minütchen oder auch später noch vielleicht da knüpfe ich dann noch mal an dieses thema an für uns ist es auch ganz wichtig herauszufinden wie man das rathaus in dem manche heiraten aber in dem man normalerweise im alltag ja nicht rein geht es das ist ja die der sitz des regierenden bürgermeisters und das ist sozusagen ein ministerpräsident da gibt es auch hohe sicherheitsanforderungen also wie man dieses rathaus öffnet hier zum freiraum und auch die senatskanzlei hat ambitionen das beweist diese ausstellung die hier gerade aufgebaut wird also es ist wieder möglich diesen vorplatz auch zu bespielen und dann die verödung an diesem bereich zu beenden wie wir so lange erlebt haben und für uns ist das im wettbewerbsverfahren auch die anspruchsvollste herausforderung wir haben eine bürgerleitlinie die besagt wir sollen diesen platz als ort der demokratie entwickeln also wir wissen mit ganz vielen aufgabenstellungen ganz vielen bürgerleitlinien wie wir damit umgehen sollen aber wie ein ort der demokratie vor einem rathaus aussieht da haben wir bisher noch keine so ganz klaren vorbilder gefunden also weder in berlin noch anderswo und das ist sicherlich einer der punkte die wir auch jetzt weiter intensiv diskutieren werden es wird nicht reichen hier vielleicht schöneres pflaster oder bessere beleuchtung und paar bänke aufzustellen und man kann ja auch jetzt ja schon sehen wie herausfordernd das ist es ist schön wenn hier mal eine ausstellung stattfindet dann ist der platz aber auch belegt und wir müssen klären und dafür ist glaube ich die stadtwerkstatt auch ein guter ort ein guter rahmen wer will diesen ort eigentlich intensiv nutzen also es gibt hier immer wieder demonstrationen es gibt ausstellungen es gab vor dem u-bahnbau hier auch einen wochenmarkt der damals nicht so gut funktioniert hat weil es eben wenig frequenz gab also das ist sicherlich einer der punkte der uns dann nicht nur was jetzt das bauen gestalten angeht sondern auch was das organisieren angeht sehr beschäftigt wird ja im freiraum planerischen wettbewerb ist es natürlich so dass es eine struktur sein muss hier das alles aufnimmt was herr kühne sagt also das was ich sagte ein gerüst was stark genug ist damit hier auch veränderungen oder das alles statt unterschiedliche nutzungen stattfinden kann aber vor allem dass das rathaus wieder mehr zu diesem platz zu diesem ort sich öffnet das ist das wunderbare daran dieser akteur hat sich entschlossen ich will hier raus ich will diesen ort auch nutzen und jetzt im wettbewerb suchen wir da gut das sachen aber dann in der weiteren realisierung gilt es ja auch die ganzen abstimmungen zu treffen es kommen ja auch vielen besuchenden vom regierenden hier an oder vom ministerpräsidenten die fahren hier vor es gibt bestimmte sicherheitsvorkehrungen wie was aussehen muss wie die gehstahlkante sein muss das sind alles noch sachen die wir klären müssen wurde es einfach länger dauert also vor 20 25 wenn wir kein baubeginn haben ist meine prognose aber ich bin gespannt ja herzlichen dank frau schön hat dass sie uns heute hier getroffen haben ich würde dann unsere station fragen du hast noch zwei fragen sehr gut dann erst mal diesen teil aber wenn die zwei fragen noch reinpassen dann ist das natürlich super dann schieß mal los also die eine frage wurde auch schon etwas beantwortet aber ich will sie noch mal stellen gibt es überlegungen den platz vor dem rathaus für veranstaltungen zu nutzen vielleicht noch mal einen satz dazu ja also wie gesagt wir brauchen hier verabredungen zur bestehlung also es ist ja eine öffentliches straßenland also normalerweise können dort ganz viele kommerzielle veranstaltungen auch stattfinden aber die senatskanzlei will sich eben hier stärker engagieren und das unterstützen wir sehr und das werden wir weiter diskutieren und wir brauchen dafür eine lösung damit hier eben nicht nur kommerzielle angebote sind danke und eine letzte frage die stühle die im moment moment stehen die man so bewegen kann haben dort eine wirklich wunderbare verwandlung bewirkt wie könnte man mit kleinen interventionen im stadtraum solche neuen temporären qualitäten produzieren ja das ist ein naheliegender gedanke zumal es zu ddr zeiten ähnliche wenn auch schwerere stühle überall hier im rathausforum gegeben hat also am fernsehturm an an den kaskaden wollen sie vielleicht ja an den kaskaden standen die auch ja selbstverständlich kann man damit etwas auch machen aber es gibt so viele interventionen die man hier machen kann also da bin ich auch gespannt auf die planungsbüros was wir uns vorschlagen ein das hat der herr kühne schon gesagt also ein wichtiger punkt für mich ist immer diese überwindung des straßenraums damit dieser raum als einer auch gedacht wird damit man bis nach vorne gehen kann oder auch von u-bahnhof und s-bahnhof hier her findet also für manche ist es einfach wenn die zum ersten mal hier aufsteigen auch einfach verwirren wo komme ich hin also da gibt es so viele ideen das müssen wir einfach dann noch mal abstimmen was es dann sein wird aber ja ich bin aber auch auf die ideen der planungsbüros gespannt was die uns vorschlagen werden wenn ich noch einen letzten satz zu den stühlen sagen darf das ist etwas was man heute eine governance frage nennt die flächen am humboldt forum sind formal eigentum des humboldt forums wir haben also das humboldt forum hat ein management dass diese stühle aufstellt sie pflegt und dafür sorgt dass sie nicht in die spree geworfen werden die stühle die hier standen waren vom straßen- und grünflächenamt mitte zu betreuen und es hat natürlich immer wieder vandalismus gegeben also wenn die morgens im brunnen liegen dann muss sich jemand darum kümmern dass sie wieder rausgeholt werden oder vielleicht sogar nachts muss jemand kontrollieren dass das nicht passiert und das kann ein straßen- und grünflächenamt nicht leisten das kann eine grün berlin gmbh die hier bauen soll und vielleicht auch temporär betreuen kann in maßen leisten und deswegen sind wir immer herausgefordert diesen diesen zwiespalt zwischen tollen ideen interessanten angeboten und einfach machbarkeit zu lösen ich würde ja gerne doch noch auf die letzte frage eingehen und vorher noch eine korrektur also den beitrag zu dem zu dem 22 vierten zu dem bürger innen tag im wettbewerb den wollte ich noch mal korrigieren es ging wirklich darum dass die aufgabenstellung nicht klar genug war und auch das design nicht so verständlich also einfach noch mal der hinweis für die nächste veranstaltung dass das ein bisschen klarer formuliert wird da wollte ich einmal korrigieren und noch eine frage wenn dafür zeit ist von herr giese werden die durchgänge der rathaus passagen zu gruner straße stärker geöffnet um die alten lege beziehungen wieder herzustellen vielleicht haben wir dafür noch zeit sollte gehen das ist aus unserer sicht ein notwendiges projekt aber sicherlich ein sehr langfristiges die rathaus passagen gehören auch der wbm sie sind ja vor mehr als zehn jahren stark umgebaut worden man hat dort die einzelne handelsflächen extrem stark ausgeweitet und dadurch ist dieser passagencharakter geschwächt worden wir wollen das habe ich vorhin ja schon im nebensatz angedeutet wir wollen die wbm ja dafür gewinnen das ist sehr vielversprechend das große parkhaus über diesen passagen um zu nutzen und besser zu nutzen im zusammenhang mit dem wolkenmarktquartier und dann hoffen wir dass wir die wbm auch ins gespräch ziehen können zur zukunft dieser dieses durchgangs dieser passage es gibt aber natürlich mietverträge mit großen gewerbemietern und insofern könnte man das jetzt nicht von einem tag auf den anderen werden ja vielen dank ich denke dann machen wir uns jetzt langsam auf den weg zur stadtwerkstatt ich verabschiede erst mal frau schönhardt herzlichen dank dass sie dabei waren wir nutzen den neu geschaffenen durchgang am neptun brunnen vorbei und kommen gleich bei der stadtwerkstatt an ich verabschiede mich jetzt schon einmal denn herr kühne wird sich jetzt gleich in der stadtwerkstatt dann zu frauen langer gesellen herzlichen dank dass sie dabei waren und dass sie unsere kleine führung mit macht haben bis später ja genau bevor ich herrn kühne gleich hier neben mir auf dem sessel empfangen darf freue ich mich ihnen noch einmal anhand einer kleinen fotopräsentation die projektwerkräume vorzustellen die projektwerkräume waren die großen beteiligungsveranstaltungen in den letzten drei jahren die wir hier circa alle zwei monate durchgeführt haben jeweils spezifisch zu einem stadtentwicklungsprojekt der senatsverwaltung für stadtentwicklung und wohnen dazu haben wir sie dann hier in den raum eingeladen um mit uns gemeinsam empfehlungen zu erarbeiten zu ganz bestimmten fragen die die senatsverwaltung uns gestellt hat alles begann natürlich mit einer großen auftakt veranstaltung am 20 september 2018 wo wir hier im raum der noch ganz anders gestaltet war uns getroffen haben und gemeinsam erarbeitet haben wie kann dieser prozess der stadtwerkstatt in zukunft aussehen welche formate sind geplant wie wo kann die stadtgesellschaft sich einbringen das haben wir alles gemeinsam an einem großen tag am 20 september diskutiert kurz darauf im oktober gegen dann das forum was ich eben im letzten block schon vorgestellt habe los mit einem ersten auftakt hier auch im raum und dieses forum läuft eben seitdem alle zwei jeden monat einmal hier in der stadtwerkstatt auf der nächsten folie sehen wir dann ein bild aus dem allerersten projektwerk raum zur mittleren spree insel dort haben wir ein ganzes gebiet im projektgebiet sozusagen in den blick genommen und uns einerseits mit der breitenstraße aber auch der esmt und dem flussbad den entwicklungen am petriplatz und auf der spree insel beschäftigt hier gab es dann jeweils drei stationen im raum wo die besucherinnen und besucher zu den unterschiedlichen themen sich erst informieren und dann gemeinsam über empfehlungen diskutieren konnten alle empfehlungen dokumentieren wir jedes mal im im nachgang und diese finden sie einerseits in der ausstellung andererseits auf unserer website zum download so dass das transparent wird und natürlich werden die empfehlungen auch an die senatsverwaltung weitergegeben und die senatsverwaltung gab dann jedes mal im darauf folgenden projektwerk eine rückmeldung inwiefern die empfehlungen in die aktuellen entwicklung einfließen können in einem zweiten projektwerk raum am 24 januar 2009 10 ging es dann um kreativ ort in der berliner mitte den haben wir zwischen experiment und alltag genannt dabei ging es uns vor allen dingen darum möglichkeitsräume aus ihrer perspektive zu sammeln ging also darum zu schauen wo es in der berliner platte in der berliner mitte noch platz für kultur wo kein neues entstehen und das haben wir auch direkt auf der bodenkarte gemacht wie sie sehen haben wir da ganz schöne wabenbilder gebaut zusammen in einem dritten projektwerk raum ging es dann zum ersten mal um das rathaus forum von begegnungen bis rückzug das war unser ausgangspunkt um ihre geschichten zu dem ort am rathaus forum zu sammeln sie haben ihre persönlichen verbindungspunkte zu dem ort aufgeschrieben und dann mit licht und schatten aspekten darauf aufmerksam gemacht wo ist der ort besonders schön wo gibt es vielleicht noch verbesserungspotenziale dann kam der erste pop-up den haben wir ihnen vorhin schon ausführlich vorgestellt da waren wir am jüdenhof und haben mit verschiedenen ständen dazu eingeladen sich mit dem molkenmarkt auseinanderzusetzen auch im august wie wir eben schon berichtet haben ging es dann noch mal auf den jüdenhof diesmal konnte man wirklich in einer workshop zone zu verschiedenen themen empfehlungen erarbeiten und sich mit den senats mitarbeiterinnen direkt austauschen und die empfehlungen sozusagen direkt vor ort schon gemeinsam diskutieren im september 2019 ging es dann erstmals um das thema verkehr das thema verkehr haben wir mitbekommen ist ein sehr wichtiges für die stadtgesellschaft und deswegen haben wir hier ganz explizit eingeladen sich mal mit der neuen straßenbahn auseinanderzusetzen die vom kultur forum bis zum alex führen soll hin und weg mit der straßenbahn das war das motto für den abend hier haben wir uns in der stadtwerkstatt getroffen und ebenfalls an verschiedenen stationen über verschiedene aspekte der straßenbahn diskutiert so ging es einmal darum wo die station genau sitzen soll am roten rathaus da hatte die senatsverwaltung für umweltverkehr und klimaschutz verschiedene optionen vorgestellt die dann zur abstimmung standen an einer anderen station ging es dann eher um die gestaltung von übergängen an der spandauer straße zum beispiel und auch an einer kreativstation die immer auch ein element unserer projektwerk räume waren konnten sie ihre eigene haltestelle designen und uns somit verraten welche aspekte für sie eigentlich an einer haltestelle wichtig wären soll sie vielleicht in zukunft ein grünes dach haben oder noch mehr informationen für uns bereitstellen oder am besten direkt einen fahrer parkplatz mit anbieten das war ein sehr bunter und schöner abend jetzt muss ich einmal kurz gucken genau das forum das hatte ich eben auch schon berichtet ist dann mit beginn der pandemie in den digitalen raum umgezogen aber das funktioniert genauso gut weiter und wir freuen uns immer über neue teilnehmer dann ist 2020 die stadtwerkstatt auch über ihr projektgebiet hinausgewachsen mit einem ersten projektwerk raum zur siemens stadt in spandau siemens stadt 2.0 war das motto unter dem das neue innovationsquartier diskutiert wurde hier gab es zunächst eine online beteiligung wozu verschiedenen themen und aspekten des neuen quartiers anregungen fragen und informationen geteilt werden konnten und in einem online dialog am 27 oktober wurde dann hier live vom podium in der stadtwerkstatt über die ergebnisse diskutiert und die verantwortlichen konnten sich dazu positionieren genau jetzt glaubt es glaube ich einen kleinen zeitlichen ablauf fehler sozusagen denn vor der siemens stadt waren wir natürlich auch am flussbad wo wir eben schon live vor ort waren dort war der stadt dort war der projektwerkraum stadtgarten fluss den hätten wir auch liebend gerne dort vor ort durchgeführt da hatten wir schon verschiedene stationen geplant und dann kam die pandemie und wir mussten kurzerhand alles in den digitalen raum verfrachten das hat aber mit mein berlin ganz gut funktioniert und so konnten wir trotzdem die ergebnisse der freiraum studie ihnen präsentieren und ihre meinungen zu den verschiedenen entwürfen der landschaftsarchitekten einholen neben dieser digitalen beteiligung gab es auch eine analoge möglichkeit das heißt wir haben ihnen auch die werkstücke nach hause per post geschickt und sie konnten sie ganz gemütlich am wohnzimmertisch ausfüllen und ihre ideen beitragen genau jetzt springen wir von hier wieder zurück hinter die siemens stadt in den november wo wir das erste mal das format sie fragen wir antworten durchgeführt haben das ist eine neue neue art des projektwerks raum die wir jetzt im digitalen raum erprobt haben woher kühne einen gast seiner wahl hier in die stadtwerkstatt einlädt und sie ihre fragen stellen können und eine antwort direkt im direkten dialog bekommen bei diesem ersten format war herr spieß vom stadtmuseum zu gast und es gab verschiedenste fragen rund um die berliner mitte die neue gestaltung des stadtmuseums und das zukünftige angebot vor ort auf diesen dialog hin folgte dann jetzt anfang des jahres ein weiterer projektwerk raum der auch wieder ein bisschen über die grenzen des projektgebiets hinaus ging und zwar zum jahren sportpark der jahren sportpark liegt eher im norden vom projektgebiet und ist ein sportpark der jetzt in zukunft inklusiv gestaltet werden soll hier gab es auch wieder verschiedene möglichkeiten sich zu beteiligen an einem online dialog auf mein berlin und gleichzeitig wurde dann am 5 märz hier in der stadtwerkstatt wieder mit den beteiligten institutionen und den verantwortlichen aus der senatsverwaltung diskutiert diese ergebnisse fließen jetzt in den weiteren planungs- und entwicklungsprozess zum jahren sportpark ein des weiteren haben wir dann im märz wie eben auch schon berichtet die elemente öffnet die sie gerade im video entdecken konnten nach unseren nach dieser öffnung im öffentlichen raum sind wir dann wieder in den digitalen raum umgezogen und zwar mit einer weiteren ausgabe von sie fragen wir antworten diesmal noch einmal zum thema verkehr hier stellte sich herr reubke von der senatsverwaltung für umweltverkehr und klimaschutz ihren fragen dabei ging es sowohl um eine gute fahrradinfrastruktur die aus der stadtgesellschaft gewünscht wird als auch um möglichkeiten wie vielleicht bezirksübergreifend in zukunft verkehr geplant werden kann hier gab es ganz verschiedene ansätze und es kam zu einer sehr schönen diskussion jetzt zuletzt gab es den letzten online dialog zur city west ein drittes projekt dass die stadtwerkstatt für sich genutzt hat um eben in einen direkten dialog zu kommen online konnte man sich hier ganz genau über die über das entwicklungskonzept an der city west informieren fragen stellen zu ganz verschiedenen themen und diese dann wieder am 5 mai hier vor ort in der stadtwerkstatt diskutieren genau das waren sozusagen unsere veranstaltungen in den letzten drei jahren hier vor ort jetzt gucke ich mal kurz es dauert glaube ich noch einen moment bis herr kühne hier für einen ausblick kommt so lange kann ich ihn vielleicht schon mal berichten kann ich gleich schon mal berichten das geht jetzt hier gleich weiter herr kühne müsste jetzt hier gleich an der ausstellung an der fensterfront vorbeilaufen und zu mir hier ins studio kommen hallo herr kühne herzlich willkommen hallo dankeschön ich brauche erst mal einen schluck ich habe auch gerade gehört es gab noch die frage ob man auch so schöne küssen bezüge bekommen kann da muss ich gestehen ich weiß gar nicht genau wo die herkommen aber bestimmt das kann ich bestimmt noch mal in erfahrung bringen ja genau wir haben doch keinen shop hier kann ich vielleicht in der nächsten runde ja ja vielen dank erstmal für die tolle tour durch die berliner mitte und jetzt hier zum abschluss wollen wir noch einen kleinen ausblick wagen bevor wir heute nachmittag dann noch mal in die diskussion der einzelnen formate gehen wie es so mit der stadtwerkstatt weitergeht und da wäre meine erste frage wie sehen sie hier diesen raum der stadtwerkstatt sollte der weiter erhalten bleiben gibt es da schon einen ausblick ja wenn man einen solchen raum mal hat will man ihn nicht mehr missen wir hatten ja schon mal einen ähnlichen ort in der city west das amerika haus das konnten wir einige jahre bespielen und wir haben einfach gemerkt wenn man so einen treffpunkt hat dann wird man deutlich besser wahrgenommen und man kann auch viele andere partner akteure gewinnen die den raum auch nutzen wollen und es stärkt ungemein das bewusstsein dass man kooperativ unterwegs ist wenn man das nur behauptet wissen kooperationswillig und nichts anzubieten hat dann ist es viel schwieriger und ich glaube dass es uns auch hier ganz gut gelungen dieser die nachfrage nach dem ort ist groß es ist ja auch schade dass jetzt während der pandemie praktisch über mehr als einem jahr dieser raum kaum genutzt werden konnte und wir freuen uns darauf das weiterzumachen ja genau das denke ich auch dass es schön wird hier wieder leute einzuladen und ja dann vielleicht in zukunft auch digitales und analoges verbinden zu können jetzt noch zum abschluss bevor wir dann eine kurze umbau pause machen wie haben sie die tour heute wahrgenommen was war das für so eine erfahrung für sie jetzt mal virtuell auf führung zu gehen und keine direkten gäste sozusagen zu haben wir haben es vorhin ja schon kurz angesprochen es ist eine neue erfahrung ich finde das ist ein ganz gutes instrument sie wissen als der mann mit dem hut lauf ich ja viel durch die berliner mitte und mache führung dann ist es eine übersichtliche gruppe und vielleicht kann man auch das mal kombinieren also dass dann interessierte dabei sind und wird auch fragen stellen und aber ich finde es sehr gut wenn man themen mit orten verbinden kann und zumindestens ansatzweise spürt im hintergrund oder auch von der geräuschkulisse her worum geht es hier eigentlich ich glaube der unterschied war ja markant beim flussbad war es grün und ruhig da sind dann nur die elektroroller um uns herum geschwürt bei herrn maillaris auf der dachterrasse war es super laut also da wird ja einfach auch spürbar dass wir eine autobahn ähnliche situation in den griff kriegen wollen und vor dem rathaus das war so dazwischen wir waren nicht dicht genug am brunnen um das brunnenrauschen zu hören aber ich glaube trotzdem die atmosphäre des ortes ist ganz gut erahnbar gewesen und das hilft glaube ich dann frage ich noch einmal zurück gibt es noch letzte fragen aus der stadtgesellschaft gut dann wenn nicht dann bedanke ich mich noch mal bei ihnen ganz besonders und auch bei der technik und allen gästen herr maillaris und frau schönhardt für diese wirklich interessante führung heute hier durch die berliner mitte wie eben schon gesagt machen wir jetzt eine kleine technische umbaupause und um 16 uhr geht es dann weiter mit einer dialogveranstaltung über den prozess der stadtwerkstatt wo wir noch einmal mit ihnen ins gespräch kommen wollen über die verschiedenen formate der stadtwerkstatt ob sie aus ihrer sicht ihre funktion erfüllt haben oder was sie für anregungen für die zukunft für uns haben und auch welche themen für sie in zukunft hier wichtig wären und ja genau eine letzte technische sache noch die veranstaltung um 16 uhr findet in dem gleichen zoom raum statt wie jetzt das heißt sie können dann einfach den gleichen link noch einmal anwählen und sind dann wieder dabei und wir freuen uns wenn sie nachher wieder zu uns kommen guck mal ein so